Leider geht's, meine Freunde. Ähm, 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 ähm. Ähm, hier wurde ich entführt, meine Freunde. Es gibt ein Video, Revinzeit wurde entführt. Teil 1 von 3 YouTuber in einer WhatsApp-Gruppe. Gewitter im Kopf. Also ich glaube, das soll suggerieren, dass das Format geil ist, oder? Das. Das Intro finde ich ziemlich fresh. Okay, wir lesen das jetzt in den Stimmen, der läutet von. Kalüten schreibt Freunde. Keine Antwort erst mal, okay. Perfekt, Digga, wie ich hier auch direkt davor bin. Arschgeil, Junge. Was ist los, Palette? Das ist German Let's Play, ne? Hat einer von euch was von Rewi gehört? Digga, so spricht Paluten nicht. Stimmt, ich habe auch nichts mehr über ihn gehört. Das war Unge? Was ist dein Rewi? Junge, das steht für Revinzeit. Achso, ich habe auch nichts von ihm gehört. Lost, Alter. Was ist? Was ist, wenn Rewi entführt wurde? Kann nicht sein. Wieso kann das nicht sein? Hast du mal gesehen, wie der aussieht? Wer würde so jemanden freiwillig entführen wollen? Ey, Wife. Digga, ist so unangenehm. Lass uns einfach durchgucken. Ich will diese Stimmen nicht mehr machen. Ich bring mich gleich oben wirklich. Ich will mich ein, Digga. Habe gerade versucht, ihn anzurufen, aber der geht nicht dran. Oh, scheiße, Leute. Der chillt bestimmt bei seiner Alten. Habe keine. Stimmt, da könnte er sein. Ich habe keine Freundin. Was soll das? Also wirklich, das ist ziemlich unangenehm. Oh, Frau Bra nimmt mich Doggy. Jan? Habe ich da was von Doggy gehört? Safe. Nein, jetzt hält sie die Schnauze. Oh, da bin ich. Da bist du ja endlich, Revi. Seht ihr, kein Grund zur Panik. Ist doch alles gut. Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Oh, shit. Was passiert jetzt, Digga? Geht ran. Hallo, Freunde. Ihr bimmst ja ready. Ha, 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 Spaß beiseite. Ich habe euren kleinen, lieben und nervigen Freund entführt. Ach, du Scheiße, Leute. Ach, du Scheiße, Digga. Ich bin entführt worden. Um euren Freund wiederzubekommen, müsst ihr drei Aufgaben lösen. Das ist Black Rain. Das ist Black Rain. Oh, da, die haben wir jetzt, äh, fresh. Die erste Aufgabe ist ein... Der Game Master, Digga. ...kleines Rätsel. Welches Wort in einem Wörterbuch aus dem Jahr 2019 wird falsch geschrieben? Ihr habt bis Samstag Zeit, dieses Rätsel zu lösen oder ihr werdet probably nie wiedersehen. Ach, du Scheiße. Und keinem wird's jucken. Ha, 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 ha. Oh Gott, Leute, wir müssen weitergucken, was passiert ist. Ich bin entführt worden. Ich bin entführt worden. Heute kam... Oh Gott. Wir müssen weitergucken, Leute. Ich bin entführt worden. Scheiße, Mann. Oh mein Gott, Game Master, bitte nicht. Ich habe euren kleinen, lieben und nervigen Freund entführt. Um euren Freund wiederzubekommen, müsst ihr... Boah, ich muss so pissen. Ich überlege gerade wirklich. Ich stelle mir hier irgendwann einen Eimer hin und pisse einfach in so einen Eimer, wirklich. ...drei Aufgaben lösen. Die erste Aufgabe ist ein kleines Rätsel. Welches Wort in einem Wörterbuch aus dem Jahr 2019 wird falsch geschrieben? Ihr habt es Mittwoch, Zeit dieses Rätsel zu lösen oder ihr werdet probably nie wiedersehen. Wieso sagt der Curry? Ha, 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 ha. Okay, das, äh, ja. Leute, seid ihr auch gespannt, wer es gewesen ist? Ist es safe Montana Black oder Knossi oder Frau Volantis gewesen? So, Leute, wie lautet die Lösung? Notification, Gang! We live! Schickt da, Boy. Dankeschön, Bro. Kuss. Ihr habt drei Versuche. Das ist ja mein Entführer, der jetzt gerade schreibt, ne? Falsch. Das zählt als Versuch jetzt, oder? Bitte nicht. Jan, halt doch einfach dein Maul. Jan, bitte. Oh, verlaude. Ach, Digga. Unangenehm. Laut Paragraf 12 im Gesetz ist es verboten. Ah, ja, Digga. Natürlich Paragraf 12 im Gesetz. Also schon aufwendig gemacht. Kann man sagen, was man will. Der Allmann. Raus mit dem. Das war Bradford. Der will dir was von warm und kalt erzählen. Luck. Hm. Das ist die Lösung. Die Lösung lautet nix. Wie nix. Tja, im Wörterbuch steht nichts. Nichts. Aber es wird doch nix geschrieben. Jimex lost. Also man kann schon mal sehen, ich bin auf jeden Fall der Gruppenadmin von YouTube Deutschland hier an der Stelle. Digga, wir lost kann ein Mensch sein. Wallahi, 100%. Luca wäre niemals in dieser Gruppe drin. 3-Mac. Alles gut. Trimax. 3-Mac. Ich wollte doch nur wissen, ob meine Lösung richtig ist. Nein, Max ist hier nicht. Mist, ich habe das erste Rätsel gelöst. Hä? Der kriegt Kopfschmerzen gerade. Die Lösung war falsch. Der King macht das erste Rätsel gelöst. Unge. Ähm, ja. Halt einfach der Maul. Oh, es wird mysteriös. Also, wie läuft unsere nächste Aufgabe? Ich finde es echt löblich, dass sich alle um mich so sorgen, ne? Ach du Scheiße, der Gamer ist doch wieder an. Rein in die Leitung. So Freunde, da die erste Aufgabe zu einfach war, außer für 3-Macs, wird die nächste Aufgabe bei etwas knifflige. Ach du Scheiße. Ich möchte von euch wissen, was die Geheimzeit für den Kartenburger ist. Oh nein. Kleiner Tipp, schaut euch mal ein bisschen genauer um. Ach, ihr werdet es ja nicht schaffen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach ja, ihr habt bis Mittwoch Zeit, diese Aufgabe zu lösen oder ihr werdet ja wie nie wiedersehen. Jäge, ich heiß nicht Curry. Okay, Leute, ich komme jetzt sofort wieder. Ich schwöre, Wallahi, ich muss so geisteskrank dringend pissen.